Welches Wappen gehört zum Bundesland Brandenburg? Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4 Welches ist ein Landkreis in Brandenburg? Kriknitz, Rhein-Sieg-Kreis, Wotland-Kreis, Amberg-Solsebach Für wie viele Jahre wird der Landtag in Brandenburg gewählt? 3, 4, 5, 6 Ab welchem Alter darf man in Brandenburg bei Kommunalwahlen wählen? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 18, 16, 20 Welche Farben hat die Landeswerke von Brandenburg? Blau-Weiß-Rot, Rot-Weiß, Grün-Weiß-Rot, Schwarz-Geld Wo können Sie sich in Brandenburg über politische Themen informieren? Bei den Kirchen, beim Ordnungsamt der Gemeinde, bei der Landeszentrale für politische Bildung, Bei der Verbraucherzentrale Die Landeshauptstadt von Brandenburg heißt Potsdam, Cottbus, Brandenburg, Frankfurt, oder? Welches Bundesland ist Brandenburg? 1, 2, 3, 4 Wie nennt man den Regierungschef die Regierungschefin in Brandenburg? 1. Minister, 1. Ministerin, Premierminister, Premierministerin, Bürgermeister, Bürgermeisterin, Ministerpräsident, Ministerpräsidentin Welchen Minister, welche Ministerin hat Brandenburg nicht? Justizminister, Justizministerin, Außenminister, Außenministerin, Finanzminister, Finanzministerin, Innenminister, Innenministerin Wie? Ansonister, Begriff? 1. Mösy, jeweils was die Begriff der Welt, dem markt von Landenburg und den Begriff der Welt.